hallo käsebrot freund hallo team jay so wir sind hier der fette rocktier irgendwie und müssen jetzt die rakete irgendwie starten ich würde mal sagen ich habe sie halbwegs vernünftig hinterlassen ja du hast dir eine ganz gute ausgangssituation gebracht käse jetzt mal gucken wo es da wohl lang geht naja auch im zweifel nach unten war ja was da naja da ist was offen guckste offen ist gut da geht's lang okay und ich muss wieder auch durch ihn fahren da steht schon wieder die karre für dich sehr schön wunderbar einmal truppen der bahn trallala herangelernt und herangelernt und stoff der bremst hat angst ich weiß was ist denn da schön ist eine tankstation das ist ja ja es wäre fast ohne gegangen eigentlich hätten wir es auf hart spielen können ja ja auf jeden fall nächstes mal spielen was auf hart ja ja nicht auf normal ja dann kriegen wir auch mehr folgen raus können wir noch ein bisschen ja ja dann reduzieren sich nämlich unsere fortschritte auf ein absolutes minimum ja das ist gut fürs ja dann können wir jede folge eine stunde lang machen und sind trotzdem nur halb so weit wie jetzt gerade genau genau das ist das klingt fair genau müssen wir halt eine größere festplatte kaufen käse gell ladedaten schade daten schade daten ja nein nicht schade so nicht schade um die daten ist doch gut dadelaten du redest unsinn tim ich rede meistens um sind uns in käse um sind um sind meine goethe was ist mein limbisches system dein gehirn streikt ja ja dabei ist doch noch recht früh was ist jetzt hier oder randvoll senior ok hoch macht mich nicht froh f6 mal kurz wahrscheinlich kann jetzt gleich wieder irgendwo ein turret oder 37 soldaten oder ähnliches könnte glaube ich auch ich glaube hätte auch aussteigen kapitän es geht weiter aber warum ich weiß nicht wenn wir noch hier feiern und so ich habe so das unangenehme gefühl dass er gleich irgendwer von oben angehören ja 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 auch gedacht aber und mein armt scheiße scheiße sali täter scheiße trupp wir haben freeman ok der kommt jetzt gleich von links bestimmt oder meinst du dann hast dich nicht mal hier in der starte mal aus ich das aussteigen hast du müssen die säule hinter der dich verstecken kannst meinst du ja oder dann kannst du mal gucken gehen ob die heini ist da da hinten hockt einer oder was ich glaube hier dahinten da ja da das war doch einer oder hör was siehst du nicht dass da gesprotzel an der wand ist ja stimmt ja wo gesprotzel ist da ist auch aus auch gut geschützt der geschützte sagt besser aber auch auch in vorderlens 2 hochgeil er macht ein tümpchen ach guck mal hier oh mein gott oh mein gott du bist leer du bist leer du bist mal wieder der lehrer durch den nasen oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott war hier so eine ladestation ein grandioser fällt aber hallo war das ein grandioser fail hier ist nichts lademäßiges das war oh mein gott naja gut dann ich dachte er schießt von der anderen seite irgendwie hat er aber nicht ja wo kann die misst rüber her ich habe keine ahnung also könntest du dieses ding einfach auf vollgas und jetzt aussteigen und dann ja ich glaube ich bin taub naja fünf habe ich ja noch ach ja der ist ein fass oh buch oh noch zwei oh gott aber guck mal da drüben rechts wären hier die dings gewesen ja ja da gibt es dingsen ja oh jetzt habe ich nochmal schön geschossen ok jetzt weißt du ja irgendwo kommt einer von hinten ja 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 also guck mal hier musst du mal gucken so wo kommt der Heiner von hinten wo kommt der Sack her ich weiß es ist der denn aufgehört ah da ist er schon nee das ist hier der Schützmann gewesen ja das war auch so ok ach das bleibt an dem scheiß Schild hängen ey und 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 mein Arm ja leckt mich am Arsch mein Arm oh gott oh gott oh gott oh gott mhm trifft der mich denn ich trifft der doch auch nicht ja ich weiß auch nicht dem Ding alter du kannst erst mal da rüber huschen da bist du ein Stückl näher dran im Fall ja ich husch mal hier rüber also wenn du wenn du ja wenn es ja genau vielleicht kann ich ja hier einfach durch nein nein aber hier ist ein bisschen beim Kollege ein bisschen Herzchen ne ja ja ein bisschen Herzchen ok das ging ja ein bisschen besser als eben gut ich wusste ja auch was kommt ne das ist oha da ist der nächste Spülchen ach der Rocket Launcher alter jetzt raketet er dich weg ne der raketet mich nicht weg in dem Fall rakete ich ihn weg oh je ich empfehle dir einmal durchzuladen oh jetzt hat man schon zweimal die große Scheiße ja die habe ich dann ja die habe ich dann auch mal ein bisschen so aber hier ist ja mein Arm ja dein Arm tut auch weh ja ja aber ich habe mich schon wieder so auf den Rocket Launcher gefreut dass die Jungs da hinten vergessen habe ich aber ich habe es ja überstanden irgendwie hier gewurschtelt irgendwie hast du es neiggestolpert sozusagen wo ist der Rocket Launcher hat er den hier nicht irgendwo fallen lassen oder was ich will den geilen Rocket Launcher du willst den geilen Rocket Launcher ich hätte dir auch mit dem Ding hier platz schießen können naja hätte hätte wenn es hätte sein sollen wollen spring da hoch du achso ich kann auch die Treppe ich kann auch die Treppe nehmen genau da geht es weiter ok ist hier noch irgendwas nein ok da ist ein bisschen die Schrottlage so ich speicher besser mal wenn ich es schon wieder total vermurkst habe besser ist das ist da drüben denn noch sonst irgendwas nicht dass ich hier die großen die größten aller du gibst ja Hütchen nimmst du mit was war das hm keine Ahnung was das war aber er hat es eingesammelt ja cool kannst dich vielleicht tarnen ich hab keine Ahnung Hütchen oder kannst du jetzt ich hab jetzt ein Barrett auf oder was oder war das der Funkhut oder so das jetzt funken damit ja ja bestimmt vielleicht bin ich jetzt gegen so Satellitenangriffe gewappnet oder so ja von der Baseball League von der Baseball League Major Baseball League ja 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 da gibt's da hin wo du nicht gepanzert bist das war das oh je Knätschert ja 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 nein noch eins nein Hilfe ja dann schreib für dich mit oder für mich Das sind ja ohne Ende Freaks, ey. Ja, das war suboptimal. Ja, wer könnte auch mit so einem Sturmrecher? Ja. Ich bräuchte ein Scharfschützengewehr, die Armbrust muss her. Die Armbrust...snipern das halt einfach. Ich weiß, was die Dame ist. Aber... So, was ist hier Sache? Keine Ahnung, ich bin ziemlich am Arsch. Ja. Das kann ich bestätigen. Dann sind doch weitere Freunde... Oh, ey. Das sind... Opa. Aber der trifft mich zum Glück genauso schlecht. So. Erwisten. Aber vielleicht... Ich arbeite dran, Käse. Ich arbeite dran. Achso, du bist jetzt wieder so ange... Oh je. Oh je. Oh je. Ein bisschen Druck. Danke. Vorgegangen werden. Aufklärung. Das klingt nicht gut. Aus dem Tempel... Aus dem Tempel, ja. Aus dem Trichter meinte ich. Na ja, gut. Hast ja noch... Oh. Okay. Ein paar Chancen. So, wie löse ich das Problem denn am besten? Weiß ich. Mit Granaten. Ach, wieso? Achso, weil ich schon geschossen hatte. Ja, weil ich schon... Ja, ja. Toll. Das war ja schon... Na ja, jetzt kommt mal her. Jungs. Kommt doch ein. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Wenn der kommt, dann erwischt er dich. Ja, aber der muss mich ja erstmal sehen, damit er überhaupt kommt. Ja, weiß nicht, dann schmeiß er mal Konate. Oder? Ist ja wieder. Ah ja, da muss er jetzt gleich weiter. Warte mal. Warte mal. Warte mal, Luf. Ja, wo bleibt er? Ach, du Schisser, ey. Das klappt nicht, bitte. Oh, verdammt. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ach ja, da. Oh, oh, oh. Ach, guck mir. Wie geht das mal sein? Jetzt kommen sie an. Mach hier. Der Schmerzsoldat. Der Schmerzsoldat. Mach's schön, ja. Auch der Schmerzfrieden. Meine Güte, ey. Oh, 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 oh Gott. Oh Gott. Oh, nein. Also, das waren auf jeden Fall viele. Also jetzt nicht. Nein! Oh. Schon wieder zu spät. Schon wieder ge-klippt. Ja, ja. Es tut mir leid, K. Es tut mir leid. Ah, ja. Jetzt aber hier. Was ist denn das? Ich sage, er war auf 1.0. Das ist ja... Alter. Ihr Pisser. Das gibt's doch gar nicht. Das macht mich wütend. Das macht mich ziemlich wütend. Ja, das soll's auch, ja. Boah. Wo sind sie jetzt? Da war einer. Einer weniger. Oh, von dem ist noch gar nichts aufgefallen. Rech für dich. Rech für dich. Also die hocken auf jeden Fall in diesem Abschusskrater drin. Mhm. Also ich denke, trotz allen Verlusten speichere ich jetzt mal. Naja, du stehst ja noch ganz vernünftig da. Aber du lädst schon wieder nicht nach, Freundchen. Ajo. Quatschen und denken ist nicht so mein Ding. Also denken grundsätzlich nicht und dabei noch quatschen. Ja, verzeih mir bitte, wenn ich auf die Nerven gehe, aber... Oh, Geschütz, Geschütz, Geschütz. Tipptopp. Nimm das Ding. Nimm das Ding. Nimm das Ding. Er nimmt das nicht. Er will nicht. Nein. Oh Gott. Ich nehme das Geschütz nicht. Oh Gott. Nein. Nein, nein. Mach ich nicht. Nein. Nein, 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 nein. Das macht dich mal wenigstens. Hm. Du, warum kann ich dich dich... Na, da krieg ich doch den Halt. Jetzt hat... Das ist grad da. Ah ja. Scheiße. Ja, das sehen wir auch so. Da krieg ich echt die Krise hier. Uff. Uff. Blöder. Toll radikal. Sonst noch irgendjemand was? Vielleicht hatte ich schon 20 mal. Ist mir nicht aufgefallen, weil... Naja, wahrscheinlich. Du bist so eifrig unterwegs. Du bist so eifrig unterwegs. Na. Was ist mit dem Typ im Loch? Ist der noch da? Der Lochmann. Der Lochmann ist weg. Oh, guck mal an. Der hast du aber ordentlich aufgeräumt da. Naja. Stolz bin ich jetzt nicht da drauf. Vielleicht liegt ein Auge rum, Tim. Ich scheiße auf die Augen von den Deppen. Ach, komm schon. Ich bin jetzt angefressen. Mit dem zweiten, mit dem dritten sieht man doch besser. Da hast du natürlich recht, Käse. So, ansonsten ist hier nichts mehr. Okay, müssen wir kratern oder müssen wir... Wo ist das? Ne, da drüben ist hier. Nein, den habe ich schon gesehen. Ah ja, okay. Da geht's lang. So, du 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 du. Einmal kurz gefunkt. Okay, das war doch nicht der Funker Hut, so wie es aussieht. Ah, die Schröding. Wäre aber schon gewesen. Ja. So ein Funker Hut ist doch cool. So, wo die hier hoch gelernt. Oh, oh. Oh, Monster zur Hölle, ja. Aber Zivilisten. Lalalalalala. Oh, oh, oh. Ja, jetzt kommt mal her. Oh, oh, oh. Oh, wuff. Oh, wuff. Bip, bip, bip. Was ist da los? Alles tot? Nein. Oh je. Alles tot. Alles tot. Jetzt habe ich schon wieder gedrückt. Oh, Mann. Oh. Noch nicht mal. Hä? Wo sind wir denn hier? Hast du da schon alles abgeräumt? Ach, jetzt hast du noch mal die Chance mit dem Geschütztimmte. Okay, ich probiere es, Käse. Also, geh doch mal aus dem Zoom raus, dann kannst du schneller rennen. Und dann husch, husch, husch. So, jetzt hast du es doch schon. Oh, jetzt schmutzig. Bei dem Fall eben. Tschüss da. Was war's mit euch? Na? Immer noch nicht jetzt aber. Boah. War's das? War's das? Weiß nicht, da hinten war noch ein Fass, oder? Da, wo es rot leuchtet. Da kannst du ja wie noch in die Luft gehen. Na, das muss man jetzt mal gelungen, diesmal nicht. Ja, ja, aber dafür... Ah, ja, sieh an, da ist schon aber sehr schön. Bin ich auf jeden Fall wieder fit. Ja, paar. Okay, Gott, stelle ich nicht an. Ach, jetzt brenzt du da. Wieso das denn? Ich weiß nicht, das... Super. Was ist denn das? Da scheint eine Munitionskiste getroffen zu haben. Oder eine Bombe oder so. So, jetzt speichere ich aber mal. Jetzt wird aber gespeichert, ja. Okay. Also. Ich habe gar nicht gesehen, dass da eine Glasscheibe war. Das war ein bisschen blöd. Ich dachte, ich könnte das da einfach durchwerfen. Ja, ja. Aber hier war eine Glasscheibe. Was nicht gut ist, im Endeffekt. Nein. Nicht wirklich. Bombsfallara. Bombsfallara. So. Du hast nur noch null Schuss in deinem Magazin. Ich lade mal nach, ne? Ja, das ist hilfreich. Dann speichere ich doch. Was? Oh Gott. Das war ja klar, oder? Dass der jetzt geschwind mal reingehuscht kommt, da mal hallo sagt. Guten Morgen. Oh, wo sind wir denn hier eigentlich? Das ist ja cool. Na, hier geht's ab. Oh mein Gott, was ist denn das bitte? Hast du den Volzer... Dings oder was? Wen? Ja, hier, da, den Forscher da. Naja, den hat's ein bisschen zerknickt. Der sieht ja voll kaputt aus. Nicht gut. So, zum Glück gibt es für Dummies und Leute wie mich... Charger. Ja. Puh, das war ja ein harter Kampf. Du hast dich diesmal nicht so angestellt wie ich, Käse, gell? Nee, ich war eigentlich ganz gut drauf, ja. Okay, dann speichere ich nochmal und dann machen wir hier mal die Launch Control. So, okay, Fenster auf. Während ich mich jetzt auf den Raketenstart kontrolliere, konzentriere, werde ich von hinten in den Kopf geschlossen. Das ist wahrscheinlich... Oh. Hä? Was ist schon da? Satellite Array, was? Status? Satellite Portal Array, level work. Ach so, Countdown. Oh yeah. Ignition! Jihau! Okay. Ich blick mal los. Das wackelt. Okay. Ui, hell. Nein, das hätte ich jetzt aber... Okay, da ist er abgeflogen, die gute Rakete. Wir gucken, ob sie jetzt nicht eine komische Kurve fliegt und dann wieder... Die auf dein Köpfchen fällt? Ja. Die hat so einen grünen Strahl hinterlassen. Ich weiß nicht, was für einen ungesunden Treibstoff die da verwenden. Ah ja. Das wahrscheinlich entspricht keiner EU-Abgasnorm oder so. Ich denke auch nicht. Aber jetzt ist grün. Hier auf dem Ding. Oh ja. Da ist schon grün. Okay, jetzt müsste das ein... Launched. Ja, irgendwann ankommen. Okay, jetzt kann irgendein... Oh, da ist ein Counter. Wo, wo, wo? Nee, nee, auf dem Ding. Scheiße, ich glaube, irgendwas 1,30 oder so. Ja, aber das ist... Das steht da immer. 50 und 1,30. Okay. Da countert nix. Das ist nur Deko-Counter. Deko-Counter. Na gut. Deko-Counter. Okay. Rakete erfolgreich abgeschossen, trotz schwieriger Geburt. Ja. Ähm, ich brauche die Schrotflinte an uns durchladen. Wo seid ihr, Hirsel? Oh, jetzt sind wir wieder da. Guckt mal an. Also in diesen, ne? Ja, ja. Anfangshallen. Und hier nischt. Hm. Ist da schon kaputt gemacht? Na ja, die kommen bestimmt gleich wieder in mir. Ja, okay. Ist es gewiss. Wahrscheinlich geht es da rechts oder geht es unten rein? Wo geht es rein? Unten? Nein. Das ist ja auch Quark. Das ist mehr hier. Da hinten leuchtet es grün. Grün? Stimmt. Da ist was aufgegangen. Was ist da los? Ich kann es dir nicht sagen. Da kommen wir nicht her. Irgendwas ist im Loch. Ich gucke mal, ob da irgendwas ist. Man selber versteckt. Vielleicht. Nein. Nein. Okay. Was ist hier? Stimmt jede Menge Schmutz. Ja, das auch, ja. Aber das meinte ich nicht. Langer Gang. Mit dunklem Ende. Oh, oh, oh. Hilfe, Hilfe. Nicht reinfallen. Fast wäre ich hier in... Oh Gott. Oh Gott. Schon wieder fast im Pool gelandet. Ziemlich. Ja, ja. Irgendwie bin ich heute ein bisschen... Verzwirbelzwirbelt, ja. Meine Güte. Ich glaube auch. Oh je. Das ist nicht dein... Nicht mein Shootertag. Nein, nein, nein. Nicht dein Ballertag. Wirklich nicht. So. Was ist hier los? Was ist hier los? Oh jo. Das ist Epileptrizität. Da gibt es einen kleinen Knusper. Ja, aber wenn ich mir den Knusperer hole, dann sterbe ich Käse. Ja, du kannst ja speichern. Und da von dem anderen Ding ist auch guter Zugang. Dann wärst du randvoll, weißt du? Meinst du? Oder bringt so ein Ding nicht... Ah, so ein Ding bringt 15, oder? Naja, da hättest du halt 190. Das ist doch... Speicher doch. Hilfe. Na gut. Also nicht, dass es da doch schief geht. Dein Wort in meinem Ohr. Ja, aber. Da ist doch alles, wie sie... Ist doch noch so ein Kunstdinger. Na ja, gut. Du hast natürlich recht. Das hat sich doch rentiert. Auf jeden Fall. Das war nicht... So, was haben wir denn jetzt hier? Oh, kann ich da drüben so eine Maschinen fahren? Das sieht aus wie so eine Gleis-Legemaschine oder so. Na ja, oder ein großer Schlepper oder so. Mit vielen Anzeigen auf jeden Fall. Na komm, spring da drauf. Das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht. Mal gespeichert und dann online. Online ist sehr schön. Oh, sogar mit Speedomat. Oh, jetzt geht's hier aber... Ladedaten. Jetzt geht's aber ab. Ja, ja. Vollgas. Der Brems hat Angst. Auf jeden Fall. Ne, wir sterben kannst du nicht. Ne. Ladedaten. Ladedaten. Die guten alten Ladedaten. Wir sind gleich zurück. Nach ein paar... Ui, Ladedaten. Und, und, und. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Überhitzt. Oh, Gott. Ich bin abgesprungen, Käse. Ja, absichtlich oder unabsichtlich? Außersehen. Erster? Ja. Aber besser als da. Oh, Gott, da hinten ballert's schon wieder. Ja, der Ball jetzt. Ja, ja. Wer oder was? Ja, ja. Hier so, ballert's da. Ah, es ist ein Tart, oder das? Ja? Ja, ja, es bewegt sich. Es bewegt sich. Ja, dann kann man das auch töten. Ja. Ja. Ich aber auch. Ja, vielleicht musst du dich davor auch schon erst mal die Röschung pflegt, hier rein. Das wird schon so. Oh Gott, hat jetzt auch noch einer von hinten geschossen, oder kann mir das nur so vor? Weißer Schnitt. Hab Schnitt aufgepasst. So. Typen. Sterbt. Oh Gott. Oh, die wollen nicht sterben, Tim. Ja, ich weiß. Warum nicht? Ich hab keine Ahnung. Das liegt in dieser Kinderpistole da. Nochmal die Magnum vielleicht, oder? Achso, die ist schon leer. Naja, ich hab's einfach mal in die Luft gesprengt. Alter, das hat voll krass funktioniert. Ja. Wie denn das? Das ist ja hier. Oh, nimm der Nächste. Hilfe, der Nächste. Das ist ja nie erwartet. Ja, wieso schießt du auf die Wand? Ich wollte ihm eigentlich in den Unterleib schießen. Was ist das? So, Bob. Sehr schön. Jetzt ist aber hier Ruhe. Ich hoffe mal. Im Busch. Ich hoffe mal. Oder? Ah, du putzelt's auch. Was ist hier? Putzeln, putzeln. Hm. Aha. Das ist ja nicht sympathisch. Da oben gibt's doch was, oder? Bestimmt. Das meinte ich, das ist da unten. Oder da oben. Achso, nee, nicht da oben, sondern hinter dir meinte ich oben. Da geht's so ein Stück rauf. Da, ja, genau. Da, 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 da. Da meinst du, gibt's was? Da hinten, da leuchtet's blau. Das leuchtet blau, ja. Ist da nur eine Werkbank, oder gibt's da auch irgendwas... Spring doch hier hoch. ...was Cooles. Nee, hier gibt's nur eine Werkbank. Ach. Dann entschuldige. Wegen dieser Irreführung. Kein Thema, Käse. Hab ich schon vergessen. Du warst ja auch tapfer, als ich hier eine Million Tode gestorben bin. Ja, ja. Natürlich. Und? Dieses Vorwärts, die Leiter runter, da kann ich mich immer noch nicht... Oh je. Das ist mir auch nicht so. Das ist mir irgendwie immer noch suspekt. Wieso hat's hier gerumpelt? Ich weiß nicht. Wenn dir das doch... Irgendwo gislang. Oh je, du musst da rein tauchen, ha? Sieht so aus. Ach, geh doch weg, du blödes Ding. Oh je. Und welche Monster erwarten uns denn hier? Da drauf, da drauf. Kann man da nicht unter Wasser schießen? Das hab ich noch nicht ausprobiert. Müssen wir auch nicht. Nein. Okay. So, dann gucken wir uns. Oh, was hast denn du da aufgenommen? Ein Bleistift? Ja. Ein Bleistift? Ich weiß nicht. Irgendwas... Irgendwas hast du aufgehoben. Oh je, was ist denn hier? Ich weiß nicht. Linien auf den Boden. Ein bisschen ein... Ein klitzekleiner Grafikfehler. So, meinst du, ich muss hier weiterspringen? Allem anscheinend nach nicht. Ich muss hier bestimmt weiter tauchen, oder? Weißt du? Ja, das ist nicht. Nicht so, oder? Doch, doch. Doch, doch. Oh ja. Da taucht es sich doch super. Hier taucht es sich gut und schön. Jetzt wird hier... Okay. Einmal hoch gelernt. So, und da waren wir schon. Da waren wir schon. Na ja, dann spring ich halt hier. Ich weiß nicht. Ist hier noch irgendwas? Ja, da geht es weiter. Warum ist das hier alles unter Wasser? Um dich zu ärgern. Durchs wahrscheinlich. Ne, das ist ein Mistraum. Der ist scheiße. Der hat nichts zu bieten. Nein. Oh, 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 boom. Was ist hier? Ein Sturz. Ah, jetzt gerade, wo wir hier ruptunen. Ja, das ist nicht. Das ist ja nur allzu fair mal wieder. Oh nein. Nicht gut. Okay. Oh Gott. Was hat das jetzt bewirkt? Ich weiß nicht. Ja, zumindest komme ich da jetzt nicht mehr lang, ne? Ja. Vielleicht musst du hier so Fässer da so reinparken, ne? Meinst du? Ja, bestimmt. Dann hebt sich nämlich das Ding hoch und dann kannst du da hin rumlaufen. Jetzt kannst du dir die schnappen. Ah ja, ich bin so ein Fuchs. Ich glaube, das war im alten auch schon so. Kann sein, ja. Wo gibt es noch mehr? Wobei das krass die Physik wären soll, gell? Ja, eigentlich schon. Aber ich erinnere mich echt nicht mehr, wie. Aber so rumtragen kommt mir ja früher auch schon. Insofern wird es da wohl auch so gewesen sein. Na komm. Und, und, und? Nein. Noch lange nicht. Noch lange nicht. So, wo gibt es noch mehr? Wo gibt es noch mehr? Da drüben ist noch eins. Nee, soll nur so aus. Und da hinne? Oder da, wo es eingestürzt ist. Ist hier noch was? Nee, hier nicht. Ist noch nicht gestürzt. Aber wo war das? Es war auch runter und dann... Ja, genau, da war der Lok unten drin. Also, was auch immer da unten. Ja. Da ist auch was. Ah ja. Sehr schön. Wuppa wupp. Dass mich das nicht mit nach oben zieht, irgendwie, gell? Naja. Ist halt ein kräftiger Schwimmer. Und? Jawoll. Ist ja... Ja? Ah? Ah, ob das reicht? Ich denke schon. Klapp's, ey? Ja, ja. Früher kriegen wir es wahrscheinlich nicht. Naja, mal sehen. Ob das wohl reichen wird. Ich nehme Anlauf einfach, oder? Und springen! Nein, das war noch nicht... Das war etwas viel abgesprungen. Das war suboptimal, aber... Vielversprechend. Oder? Ja, ja. Auf jeden Fall viel versprechen. Ich speichere mal. So. Das war jetzt ohne Rennen. Ach, mein Springtalent. Ich glaube, brennen musst du scheu, ja. Aber vielleicht gibt es auch noch... Ich bin jetzt sicher, Tim. Was nicht... Meinst du noch eins? Ja, da unten, wo die Lok ist. Weißt du, geh mal hier unten rein. Da, wo der Einsturz war. Da gibt es noch eins. Ich sehe es doch schon. Okay. Dann machen wir es mal noch ein bisschen höher. Ja, ja. Ich glaube, das brauchte Mensch noch. Na gut. Der Gordon-Mensch. Blub. Und bist du höher? Nee, bist du nicht wirklich. Aber es gab hinten noch eins, oder? Ja, ja. Ich habe es gesehen. Da, Hähne. Ich bin ja nicht so der Tauchfreund. Erinnerst du dich noch an Tomb Raider? Tomb Raider? Ja. Die Tauchdinger aus dem ersten Teil. Wo du dann so... Ganz dunkel, aber nicht mal. ...stundenlang da rumgetaucht bist. Ist das jetzt höher? Ich weiß nicht. Sieht nicht so aus. Verdammte Angst. Gibt es noch eins, oder muss es doch auch so gehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, Tim. Im Zweifelsfall vertagen wir das aufs nächste Mal. Diese Frage. Meinst du? Naja. Wie sieht es auf jeden Fall mischtig aus? Definitiv mischtig. Mischtig. Oh, oh, oh. Das ist wieder Autschi. Alles in der Kräutung dabei. Wir gucken. Also ich will das noch... Das will ich noch hochkriegen. Ja, das machst du noch... Hochtauchen? Okay. Also gucken wir hier nochmal. Vielleicht lang da... Nee. Haben da noch irgendwelche rum? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Das wäre jetzt ein weiter Tauchgang hier rüber. Hallo, nicht hängen bleiben. Ja, aber da oben ist Sauerstoff immerhin. Stimmt. Insofern... Ja, ganz fair. Wo sind wir denn hier? Ja, jetzt hier sind wir am Anfang. Also ich glaube fast, hier gibt es keine weiteren Fässer. Okay. Dann muss es so gehen. Dann, dann, dann muss es so gehen, ja. Genau. Ich schwimme da jetzt noch hin. Dann speichere ich und dann probieren wir das beim nächsten Mal einfach noch. Weil ich fühle mich heute nicht mehr in der Lage, solche komplizierten Sprünge durchzuführen. Okay. Ja. Verlässt dir den Scheiß mir her. Und? Oh, ganz knapp. Habe ich dich fast, habe ich dich fast. Der sah so knapp aus. Vielleicht muss es auch... Das wäre ja assi, oder? Wenn man das auch noch alles schön nach vorne umschichten müsste. Oder? Echt mal, kann schon sein, aber man weiß es nicht. Vielleicht muss ich hier so einen Ducksprung machen. Ja, natürlich. Achso, das hast du gar nicht gemacht? Nein. Achso. Das war mir zu anstrengend. Okay. Geschafft, Käse. Geschafft. Applaus. Applaus. Auf den springen, Timsche. Also, dann mache ich mal hier einfach mal, sage ich mal, speichern und sage, tschüss, liebes Publikum, bis zum nächsten Mal. Tschüss dann. Erhol dich gut, Timschel. Mach ich. Mach ich. Mach ich. Vielen Dank.